Hallo, wir sind hier im Merkur Gidansk Poseidon. Das liegt im Stadtteil Oliva. Ich habe mich hier für ein paar Nächte einquartiert und bekam hier das Zimmer Nummer 309 in der obersten Etage. Das Hotel hat rund 100 Zimmer. Wenn man reinkommt in das Zimmer, sieht man schon, ist relativ modern eingerichtet. Auf der rechten Seite ist das Bad mit Badewanne. Auch hier wieder dieser von mir nicht so geliebte Textilduschvorhang, aber okay. Toilette logischerweise auch hier. Waschbecken, Föhn, alles da. Gleich auf der anderen Seite der Kleiderschrank, da habe ich meine Taschen schon verstaut. Ein schöner, heller Schreibtisch. Recht groß, viel Platz. Großer Fernseher dabei. Es gab übrigens auch noch einen Kleidersack als Geschenk, da ich bei Akkordeon Platin Status habe. Fand ich wirklich sehr, sehr nett. Noch ein Tischchen mit Sessel dazu. Und natürlich das Wichtigste. Ein großes, ich glaube auch sehr bequemes Bett. Das Zimmer ansonsten. Angenehme Größe, vollkommen ausreichend. Sieht ganz schön aus. Und was mich hier besonders freut, ich habe einen Balkon. Ist jetzt zwar nicht unbedingt in allen Richtungen der schönste Ausblick, aber hier hinten raus schön grün. Da bekommt man vom Straßenlärm nicht so viel mit. Wenn also das Wetter zu ist, kann man dann abends hier draußen noch sitzen und ein Glas Wein trinken. Der Blick ins Zimmer. Eine sehr schön, finde ich, gestaltete Wand über dem Bett. Das sieht wirklich toll aus. Alles in allem kann man da eigentlich meiner Meinung nach nicht meckern. Und das Hotel hat auch eine Sauna, hat auch einen Pool. Also wer hier mal herkommt, packt ruhig die Badehose, Badeanzug, je nachdem, halt ein. Und Parkplatz ist auch vorhanden, der ist bewacht. Und, beziehungsweise mit einer Schranke versehen. Wasserkocher ist da. Kann man sich also einen Tea oder einen Kaffee zubereiten. Alles in allem macht das Hotel für mich einen sehr interessanten, netten, tollen Eindruck.